Ja, also ich meine, zwei Dinge sind mir da eingefallen. Das eine ist natürlich, wie du es jetzt gesagt hast, das ist eine Nachhaltigkeitsfrage. Wenn du nicht die besten, bestmöglichen Personen nimmst, dann ist es überhaupt nicht nachhaltig für dein Team und für dein Unternehmen, weil es sind eben nicht die bestmöglichen. Und das wird sich dann, wenn es nicht in der Probezeit, dann in dem ersten Halbjahr oder im vierten Quartal oder dann im zweiten Jahr wird sich das einstellen, dass du nicht die beste Person genommen hast, die bestmögliche. Und das andere ist, komme ich nochmal auf quasi meinen Anfangspunkt zurück, du kannst natürlich nur dann sozusagen evaluieren, was die bestmögliche Person ist, wenn du weißt, gegen welchen Standard unter Anführungsstrichen du die Person evaluierst. Weil das ist natürlich, das sagt sich natürlich jetzt sehr einfach in so einer Podcast-Folge mit so, ja, ja, nur die bestmöglichen nehmen und dann funktioniert alles ganz toll und du wirst nie Probleme haben. Aber natürlich die Frage ist, wie suche ich die Personen aus oder wie komme ich dazu? Und da sage ich nochmal, also es ist quasi, da muss einfach ein Standard zuerst da sein, gegen den ich das evaluieren kann. Und den Standard, wie wir es jetzt zuvor auch schon gesagt haben, den muss man selber entwickeln. Und dann findet man auch die bestmögliche Person, weil dann weiß man, woran man diese Person erkennen könnte oder wie man sie evaluieren möchte. Also das ist wieder klassischer Fall von Teambuilding und Unternehmenskultur. Also ich möchte ja wissen, welche Person da reinpasst und das kann ich nur, wenn ich quasi einen sinnvollen Rahmen habe, anhand der ich die Person aussuchen kann.